Ich bin heute in Daiswil, einem von zehn Kablex-eigenen Werkhöfen für Tiefbau und Kabelzug. Hier soll künftig das neue Kompetenzzentrum Bau angesiedelt werden. Die Geschäftsleitung hat kürzlich entschieden, das vorgelegte Konzept zum Kompetenzzentrum zu unterstützen. Damit ist der Weg frei für einen ersten Praxistest. Ich treffe heute Ares Schnieder und Fabian Peter, um mehr über das neue Kompetenzzentrum in Erfahrung zu bringen. Hallo Karel. Hallo Ares. Hallo Fabian. Ja Ares und Fabian, danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um Fragen zum Thema Kompetenzzentrum Bau zu beantworten. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Die erste Frage habe ich an dich Ares. Welche Bedeutung hat der Werkleitungsbau bei Kablex? Der Tiefbau ist die vorgelagerte Stelle vom Kabelzug. Ohne Tiefbau können wir den Kabelzug nicht realisieren. Welche Herausforderungen müsst ihr euch gerade im Tiefbau und im Kabelzug stellen? Wir rechnen in allen Bereichen mit einem grossen Wachstum. Nun gilt es, die beiden Bereiche perfekt aufeinander abzustimmen. Für den Tiefbau wurde ein neues Konzept entwickelt. Fabian, zunächst kurz und knapp, worum geht es dabei? Ziel des Konzeptes ist es, den Eigenfertigungsgrad im Bereich Tiefbau zu erhöhen. Entsprechend ist unsere erste Aufgabe, bei uns im Kompetenzzentrum zu analysieren, in welchen Bereichen wir entsprechend Handlungsbedarf haben und dann dort entsprechend anzusetzen. Okay, apropos Handlungsbedarf, da hake ich gerade nochmal nach. Wo genau siehst du denn den Handlungsbedarf? Ja, es zeigt sich, dass es zurzeit so drei wichtige Punkte gibt, bei denen wir ansetzen wollen. Das ist zum einen das Fachwissen stärken im Bereich Tiefbau. Einerseits wollen wir Mitarbeitende schulen, aber auch neue Mitarbeitende einstellen in diesem Bereich. Der zweite Bereich ist die Nutzung von Synergien in der Firma und zuletzt auch das Kostenbewusstsein stärken und eine Kostentransparenz erbringen. Man sieht, es gibt durchaus Handlungsbedarf. Wie kann die Entwicklung eines Kompetenzzentrums hier konkrete Lösungen liefern? Ja, wir vom Kompetenzzentrum wollen jetzt den Auftrag von A bis Z begleiten. Das heisst, wir werden von der Arbeitsvorbereitung über die Ausführung bis hin dann zur Dokumentation und Verrechnung aktiv im Projekt mitarbeiten, entsprechend dann bei Problemen auch Lösungen suchen und somit eventuell auch neue Prozesse gestalten. Und diese enge Mitarbeit mit den Personen im Projekt, den soll dann auch unser One-Cablex-Gefühl entsprechend stärken. Wir haben jetzt gerade schon über die Lösungen gesprochen, die das Konzept liefern soll, aber soweit ist man ja jetzt noch gar nicht. In einem ersten Schritt steht ja das Konzept selbst erst mal auf dem Prüfstand. Nach welchen Kriterien bemesst ihr, ob das Konzept für Cablex geeignet ist oder nicht? Es ist so, dass wir das Konzept selbst jetzt in einem ersten Schritt nur hier in Deisswil auf dem Tiefbau, der bereits hier von Deisswil aus arbeitet, anwenden. Und somit haben wir natürlich den Vorteil, dass wir in einem kleinen Radius dann Kennzahlen gewinnen können. Diese Kennzahlen betreffen dann Effektivität und natürlich auch die Kosten. Und mit diesen Kennzahlen können wir dann auch unsere Prozesse optimieren. Also wenn das Konzept jetzt die Testphase besteht, dann geht es im nächsten Schritt in die Pilotphase. Wann wird das sein? Und gibt es schon ein konkretes Projekt? Ja, mit den bestehenden Ressourcen arbeiten wir bereits heute für das Tagesgeschäft hier von Deisswil aus. Neu werden wir dann ab nächstem Jahr auch für die Unit Vero ein Rollout-Projekt starten. Das wird dann das erste Pilotprojekt sein im Bereich FDTH in Kirchberg. Für dieses Projekt sind wir aktuell am Mitarbeiter rekrutieren, um dann Start-Club zu sehen. Dann würde ich sagen, wir treffen uns spätestens dann wieder, wenn das Projekt in die Pilotphase startet. Dann wünsche ich euch viel Erfolg für den Praxistest. Vielen Dank für eure Zeit und für das Beantworten der Fragen zum neuen Kompetenzzentrum Bau. Danke dir für den Besuch. Danke dir für den Besuch.